das video landet auf jeden fall im video ich habe einen neuen gemisesser und massagenkissen das ist ein schalter und jedes mal wenn ich mich auf dem stuhl setz vibriert man hat vibrationsfunktion ich weiß nicht wofür es ist nicht länger gibt es sie mal eine massage polster sehr angenehm hat mehrere modi und alles und ich habe das blue yeti mikrofon ich hoffe ihr merkt den unterschied dass der sound ein bisschen besser klingt also ich habe es zumindest ein bisschen angehört und es klingt schon ganz gut und ein siegeshut für spieler das ist das problem mit dem stuhl dass jetzt noch mehr kabel da sind das dich ausfassen ich muss fahr'n bank stuhl ah ok haha los gehts oh 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 falsche steuerung falsche steuerung ich habe nur auf meinen normen gehen ich brauche mal den werfen ah warte 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 w Ich muss mich ein bisschen an das neue Spiel gewöhnen. Ah hinter mir oder was? Ah wo war der? Ah ok hinter mir glaube ich Oder über mir auf jeden Fall Oh shit das ist ein Hardpoint Ich sollte mal snipen ihn glaube ich Woah 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 Oh da war noch einer Das ist der gemeine Komm von allen möglichen Seiten Oh ich hab Shit Woah Dachte ich bin explodiert Aber eh nicht Ok Oh Woah Ich hab mich immer in die Klasse gewechselt Warte 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 Woah haha ich hab ihn gehört Ich hab ihn gehört Ja Ja komm schon Ich muss wieder ins Spiel rein kommen Ok Ich hab keine Ahnung wo ich hin muss Ich kenn den Map nicht Ok gut Oh Oh Mann das ist ja schwer Wenn der Mapdemon nicht kennt Oh 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 Shit Nein Oh 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 Nein das gibt's ja nicht Oh 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 Schauen wir mal wie es weitergeht Oh 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 Komm schon Oh 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 Fuck Da waren zu viele Das habe ich nicht schaffen können wie kann ich noch mal im spiel reden ist die frage oh shit das wird gesehen ok ich glaube ich kann es wie lege ich mich hin oh ja control ok was was der hat mich in Luft aufgelöst der ist disintegrated ok ne ich hab gebraucht sehr schön sie führen aber das ist nicht gut was ist das für eine map das war wahrscheinlich dieses große update das ok u ok gut 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 ok ok oh mein so hu 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 fuuuu fuuuu fuuuuuck das war knapp dann hätte ich fast gehabt schnell 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 deiner g gut 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 was wie hat er mich bekommen he das ist ja nicht normal ooo ok das war einfach nicht dumm Okay, da ist niemand, dann weiter geht's. Shoot. Okay, da waren zwei, die sind schon tot. Okay, gut, gut, gut. Sehr schön. Da ist einer oben, ja. Hopp, 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 komm. Alles okay. Ah, okay, wir haben das sicher nicht schaffen. Puh. Fuck, da waren zwei. Ich bin wenigstens der erste mit 15 kills oder nicht. Ich bin wenigstens der erste mit 15 kills oder nicht. Und von zwei, nicht gut. Sniper, 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 Sniper. Komm raus, komm raus. Komm raus, komm raus. Komm raus, komm raus. Fuck. Fuck. Was? Wir haben ja schon den nächsten. Ja, was macht mein Team. Ich hoffe, ich bin wenigstens positiv. Das ist das Wichtigste. Ok, was manchmal, was kommt. Okay, schauen wir mal, wie das aussieht. es macht das mikrofon das ich habe keine geräusche erstes geben machen welchen zweites dazu würde ich sagen ganz chillig vielleicht ist das massagekissen ganz gut zum spielen das ist allgemein vor allem ich kann das überall auf die ganzen rückenlehne hinten das einzige was es braucht das ist ein paar gummibänder damit ich so einen stuhl drin kann aber das werde ich glaube ich noch annehmen zumindest etwas von kippteile sich hinten zu kippen kann das ist auf einer position hält kann aufrecht sitzen ich kann mich zurücklehnen das ist ja das habe ich gebraucht das teil kann nicht abbrechen da oben ist der alte stuhl das ist herrlich sonst kann ich die klimanlage nicht verwenden auch wie vor allem nicht anders laut Okay, da ist es hier, oder? Okay, ein bisschen weiter. knapp 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 wird das sich jetzt mittlerweile schon das computer spielen hier oben ist ein guter platz zum campen und schauen was hier los ist ich bin der erste beziehungsweise der zweite jetzt der erste wieder oh eins 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 oh shit gut oh oh was so ein dreck was yo go fuck yourself oh kingslayer und hab ich sieben fünf zwei kills acht los geht's da ist man hinten glaube ich wird zwei nicht zu ich bin ich bin hier auf ich bin hier ich bin hier oh shit das war gemein damit habe ich einfach gar nicht gerechnet shit ich bin dritter und zweiter oh scheiße natürlich war da einer ein kleiner Camper dabei hohohoho fatzer blöde kleine Mist Camper fatzer ist tot komm schon wow 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 der hat mich zu sehr überrascht das messer shit 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 neun hab ich noch nie fuck shit ist das schlimm ist das ganz schlimm gar nicht erst da natürlich natürlich shit mei fuck shit shit ok Massageholster hilft aber ok da ist niemand wo ist er wo ist er crossfire nicht gut mit 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 besser mit wurfmessern werden oder ich hatte ja eine juli überhaupt nicht benutzt mit 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 woa wtf man mit 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 Uff! Easy. Naus mehr. Uff! 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 Shit. Nicht gut. Oder nicht. Habe ich von gehört. Fotzen! Miene, Alter. Wer in Free For All mit Minen spielt, Alter. Ah, der hat auch kleine Probleme. Was? Shit. Gut, gut, gut. Okay, ich bin jetzt glaube ich jetzt den. Okay, nicht gut. Schauen wir mal. Ha! Gut, 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 gut. Stirbt. Wenn er kennt, dann kann ich das auch machen, oder? Und weil ich dann nur abschießen habe. Und weil ich dann nur abschießen habe. Schauen wir mal. Schauen wir mal ab. Muss er ja nicht. Fuuuck! Bullshit war das. Das war reine Bullshit. Uff! Oh! Noch einmal. Schade. Egal. Headshot nochmal. Ich sollte glaube ich nicht mit dem spielen, was ich habe. Oder doch, das Hybrid passt. Ich muss es nur öfter wechseln. Ich muss es nicht herrennen. Ich bin seitens. Das Hybridteile nicht wirklich aus. Oh, shit! Aber wenigstens habe ich Marker aufgeholt. Und vierter noch. Passt. Uh, das ist ein schöner gewesen. Okay, das war wirklich schön. Voll, ich bin irgendwie jetzt, ich war doch Level 90, warum bin ich jetzt Level 56? Das verstehe ich nicht. Das ist einfach so passiert. Aber, ja, kann man nichts machen. Dann sitze ich im nächsten Video.